Am heutigen Toten Sonntag, der auch Ewigkeitssonntag genannt wird, wird das neue Kirchenjahr eingeläutet. Es ist ein Gedenktag für die Verstorbenen im abgelaufenen Kirchenjahr. Da mein Vater kurz vor Weihnachten 2018 viel zu früh verstorben ist, sind meine Mutter und ich heute Mittag am Grab von meinem Vater gewesen. Noch was Geschichtliches. König Friedrich Wilhelm II. von Preußen führte im Jahr 1816, sprich vor etwa 200 Jahren, den heutigen Gedenktag ein. Toten Sonntag ist wegen Weihnachten, sprich dem ersten Weihnachtsfeiertag, immer zwischen dem 20. und 26. November. Untertitelung des ZDF, 2020